Achja. So, was haben wir hier? Dunkles Labyrinth. Ist das die Dark Passage? Das macht komische Geräusche. Das ist jetzt so dumm. Ah, komm. Oh, oh, oh. Vergebliche Mühe. Wofür auch immer. Jacques. Ach komm, kotsch mal mit dem. Die Stimme kenne ich auch irgendwoher. Vom Amos. Ne. Ich bin doch hier gerade erst mal angekommen. Wunderschön. So, wer bist du? Latif. Willkommen bei den Traumwebern, junger Freund. Sei auf das Unerwartete gefasst und rechne mit dem, was nicht da ist, während du Nestys Schergen hier jagst. Sehr schöne Flügel. Weil die sahen so ein bisschen Universum-mäßig irgendwie aus. mit diesen Punkten. Das sah aus wie so Sterne. Schon schön. So. Dann wären wir hier unten fertig. Dann. Dann können wir hier in die Mitte. sehr schön. Sehr schön. Ich hätte eigentlich von dem einen einige geklatscht bekommen, aber... da hat mein Feuerstrahl doch nochmal ganz gute... ganz gute Arbeit gemacht. So. Da ist, glaube ich, der letzte Drache. Zieh dich. Hm. Sieht auch schön aus. Einfach so ein riesiger Kristall. Ein Zauberkristall. So. Hauen wir uns den letzten Drachen. Zieh Komo. Hallo, Spyro. Du hast es geschafft. Das habe ich erst, wenn ich Nasty Nork gegrillt habe. Das ist aber ein langer Hals. Ich bin auch schon mal gespannt auf die Musik im Winter. Ich weiß nicht mehr, wie das Level heißt. Das letzte Level in Spyro 3. Mitternachtsberg. So heißt es. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Die Musik. Das wird lustig. Hoffentlich. Oh, ist aber dunkel hier. Ein Leben. Wir holen hier erstmal die Edelsteine. So. Und jetzt. Ich hab den anderen nicht getroffen, ne? Nee. Ich hab den anderen nicht getroffen, ne? Das ging aber klar. Tittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Das, was ich die ganze Zeit dachte, dass es das ist. Wir gucken aber gerade mal nach den Punkten. Traumweber, Spuktürme, schwebendes Schloss. Zerstört den verborgenen Baumstumpf. Jacques und... Ja gut, das ist alles... Oh, Nasty Knock in Perfect. Sollte aber eigentlich auch machbar sein. Gut, dann... Eisflug. Dann kann ich jetzt auch mal gucken, was diese Tasten im Fluglevel machen. Ich denke mal, die werden genau das gleiche hier machen. Aber mal gucken. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wow. Wow. Da war ich doch etwas, etwas zu früh, glaube ich. Uh! Die Kiste da, what the fuck. Sollte ich vielleicht doch lieber links dran vorbeifliegen? Wenn das geht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Mann Wo ist die letzte Kiste? Moment, ich muss jetzt erst die andere Kiste suchen Da Achso, das macht okay Das macht dann den Salto Salto, Looping Links, rechts, links, rechts Ja, sehr gute Idee Hat er sich beschwert, dass ich hier lang fliege? Oh Mann Okay, hier sind nur zwei Drei Ah, scheiße Okay Der Anfang ist echt Echt nicht ohne Aber den hier kann ich zum Beispiel stehen lassen Oh Gott Warum ist das so kacke? Warum Also das ist echt Weiß ich nicht Das ist irgendwie anders Da muss man echt nah an den Dingern hier dran sein Damit die anfangen Zu glühen Ihr denkt euch bestimmt Boah, was macht die denn da? Ah, hier ist der letzte Sehr gut Das ist doch schon mal um einiges besser als vorher Ich glaube, der beschwert sich echt Dass wir da lang fliegen Die hier genauso Okay Die eine haben wir verpasst Die eine Bahn Aber ich denke mal, das wird Nachher kein Problem sein Die nochmal nachzuholen Es ist gut, dass der so steil fliegen kann Hier haben wir auch alle Das sind nur die Bändchen Oh, schöner Tunnel hier Oh Flieg wie ein Adler Gut Aber das ist auch geschafft Das war jetzt Ich dachte, wir würden länger brauchen Und vor allem haben wir noch Sehr viel Zeit am Ende über gehabt Ähm Ja, was machen wir denn jetzt für ein Level Eins, was nicht so extrem lang ist Obwohl wir hätten eigentlich noch Komm, wir machen das mit dem Baum Glaube ich Wo war das denn? Einmal Traumweber Geheimraum Geheimraum Okay, hier gibt's also Wann mal, wir sind doch bei den Traumwebern, ne? Ja Hier gibt es einen Geheimraum Ich wusste nicht, dass der da ist Tut mir leid Das war jetzt purer Zufall, dass ich den sofort gefunden hab Aber was War das denn für eine Plattform da? Naja gut Ist wahrscheinlich einfach nur Aktivierung, dass wir da sind oder so Interessant So, was haben wir denn hier unten? Schwebendes Schloss Ist das das mit dem Zerstör den verborgenen Baumstumpf? Ja Dann machen wir das Ist das das, wo wir geknutscht werden von der Fee? Und wo es diese Rüstungen gibt Die man mit dem Knutschfeuer kaputt machen muss? Der verborgene Baumstumpf Wo könnte der denn sein? Weiß ich nicht Okay Ah, das ist das Ich mag die Musik hier auch voll gerne Obwohl die einfach nur so rumgetüdelt ist irgendwie Aber mir gefällt die irgendwie Die passt auch richtig gut hierzu Ich glaub, das war auch ein Level Wovon ich mal so ein bisschen gesehen hab Aber hiervon Dann am Wirklich am wenigsten Nee, da fliegen wir noch nicht hin Ich mag das mit den Blümchen hier Hast du etwa auf mich geschossen? Machen die Skrubble? Nee, schade Ach, da wartet sie schon Ob die verschiedene Farben haben? Farben haben Was steht da? Do not feed Nicht füttern Haben aber keine unterschiedlichen Farben Schade eigentlich Tschüss Kommen wir schon Nee, da kommen wir noch nicht hin Vielleicht jetzt hier mit dem Strudeldingsbums Nee, natürlich nicht Unser erster Drache Mudada Der hat übrigens aufblasbare Flügel gehabt Wollte ich jetzt nur mal dazu sagen Da unten ist eine Fee Noch eine Fee Ach, guten Tag Müssen wir uns dran erinnern Hier ist Kiste mit Schüssel Mir ist übrigens letztens, als ich durchgeguckt hab Das Let's Play Um die Videobeschreibung zu schreiben Ist mir aufgefallen, dass ich zu einer Brücke habe ich Treppe gesagt Auch nicht schlecht Normalerweise ist es ja so, dass man eher so Leiter und Treppe vertauscht Wenn man nicht ganz bei der Sache ist Aber diesmal habe ich einfach mal zu einer Brücke Treppe gesagt Was steht da? Achso, das sah aus wie N6 oder so Aber es ist nur Bemaltes Kramszeug Ein Baum stumpf soll das sein, ne? Kein ganzer Baum Äh Zerstöre den verborgenen Baum stumpf Na gut Musik gefällt mir auch sehr gut Wieder Aufgeplustert Also manche Trophäen weiß ich echt nie, wofür wir die bekommen Ah ne, da komme ich nicht hin Dann erstmal hier rüber So, was mit dir? Maruti Danke, dass du mich befreit hast Sehr schön Achso, das war da oben Da kann man auch gar nicht hin Ich habe da so einen Edelstein in der Ferne gesehen Mal ich doch etwas verwirrt Es sieht auch sehr traurig aus, dass der da hängen muss Irgendwie Gut, dann Ab darüber Ja, manchmal Stelle ich die Kamera irgendwie ein bisschen merkwürdig ein Ein Baum stumpf Wir gehen erstmal hier drüben weiter Weil das ist, glaube ich, ein Rundgang Ich weiß nicht Er muss ja irgendwo versteckt auf jeden Fall sein Ja, raste aus, ey Ähm Aber Also der Raum eben war schon gut versteckt Wenn ich da jetzt nicht durch Zufall Hingekommen wäre Das war doch mal War doch fein Hat bestimmt irgendwas mit Supersprunt zu tun Oh, Seni Ah, Spyro, danke Mit der Superladung erreichst du auch hier im schwebenden Schloss neue Orte Probier es aus Okay Das könnte vielleicht ein Hinweis gewesen sein Ach nee, wir müssen ja sowieso Oh oh Tschüss Hm Könnte ich ja gerade nochmal was trinken können Immer noch 40 Leben, was ist da los? Jetzt aber Jetzt aber Sehr schön Die machen auch süße Geräusche So, ich glaube, hier oben haben wir alles. Fehlen uns zwei? Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Moment, da drüben ist ja noch ganz viel Gezumpe. Wir sind in die falsche Richtung gegangen, auf jeden Fall. So, jetzt können wir erst mal... Uh, guck mal. Ja, das mit dem Gras ist zwar schön, aber da kann man auch mal ein bisschen was verlieren, so, ne? No, no, no. Genau. Die war hat sich leid. Und hat sich weladen kann man auch mal ein bisschen verlieren. Ja, ganz will. Man konnte es ja mal probieren. Aber das sind... Da! Scheiße. Okay. Ich habe ihn gefunden. Jetzt ist mir die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, ich muss da drauf landen. Wie komme ich denn da am besten hin? Scheiße. Warum kann man hier nicht flattern? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, wo der Baumstamm ist. Baumstumpf, Entschuldigung. Ah, vielleicht hier mit. Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Hier mit? Nein, auch nicht. Von da oben vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir machen... Ich weiß ja, wo er ist. Dann holen wir erstmal noch die restlichen Edelsteine und so. Vielleicht finde ich ja noch einen Punkt, von wo aus ich da ganz gut hinkomme. Aber jetzt gerade eher nicht so. Oder halt so, wie ich es eben versucht habe. Und dann halt nochmal da rumfliegen. Mal gucken. Mal gucken. Wahrscheinlich wird das so gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Die sehen so freundlich aus. Will die eigentlich gar nicht... Äh, töten. Wirst direkt bestraft dafür. Hier wird nicht geschlagen. Was ist das da hinten? Achso, ist da so. Also, ob da eben noch... Dankeschön. Edelsteine draufgelegen hätten. Okay. Dann... Müssen wir mal versuchen, da hinzukommen. Yes. Okay. Nein! Verdammt. Aber es geht so auf jeden Fall. Jetzt muss ich hier wieder außenrum rennen. Ja gut, es sind halt Könnerpunkte, ne? Das ist jetzt nicht so von wegen... Easy peasy. Kann halt... Das heißt ja können, ne? Heißt ja nicht, äh... Machen. Ach ja, genau hier. Huch. Ei, ei, ei. So. Jetzt aber. Was soll ich hier machen? Das ist doch der super versteckte... Verbrenne... Ne, zerstöre den Verbor... Achso. Okay. Gut. Ich hab nix gesagt. Dann macht das auch Sinn, dass das nicht funktioniert hat, dass ich den mit Feuer angespuckt hab. Gut, dann wäre dieses Level auch fertig und wir sind bei 57 Minuten, das heißt, die Stunde ist leider schon rum. Naja, dafür haben wir heute wieder einiges geschafft. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen und, äh, ja, hoffentlich sehen wir uns bei meiner nächsten Aufnahme-Video-gezumpel-wieder. Tschüss!